servus leute ich bin es mal wieder euer lukas hier auf youtube und ich habe gute nachrichten und zwar ich werde heute wieder eine verlosung machen wie ihr sehen könnt ich bin hier gerade draußen unterwegs in schopfheim und ja ich werde zum hieber gehen und werde dann mal schauen was für eine karte ich kaufen werde für euch ja ich habe ja meine kanal info gedreht wo ich drin gesagt habe dass es nicht über zehn euro geht dabei bleibe ich auch nach wie vor noch weil momentan habe ich leider auch nicht ganz so dicke was das geld und so weiter betrifft aber ja ich werde jetzt trotzdem mal nachschauen weil ich habe jetzt schon unmöglich ehrlich ja entschuldigung leute ja ich habe jetzt auch schon seit längerer zeit keine verlosung mehr gemacht genau und ich werde wahrscheinlich auch mal eine playstation karte verlosen ja und ich werde jetzt mal schauen ob es zehn euro playstation karten gibt heute morgen habe ich übrigens mit gamer xx noch kurz telefoniert und er würde sich auch wünschen mal wieder eine playstation also dass ich auch mal wieder eine playstation karte verlose genau und deswegen schaue ich jetzt gleich mal nach im hieber ob sie da zehn euro playstation karten haben wenn sie die nicht haben dann mache ich eine zehn euro itunes karten oder zehn euro google play karten verlosen das überlege ich mir dann noch bis dahin ja leute ansonsten würde ich sagen ich gehe jetzt lieber und bis gleich so leute also ich habe jetzt im hieber tatsächlich eine zehn euro playstation karte gefunden und mir gekauft wie ihr sehen könnt hier die karte ist neu und ungeöffnet das code fällt ist noch zu und was müsste denn tun um diese zehn euro playstation karte zu gewinnen erster schritt ihr müsst meinen kanal abonnieren zweiter schritt ihr müsst diesem video ein like geben und dritter schritt ihr müsst in die kommentare hashtag playstation schreiben und vierter schritt ihr müsst den youtube kanal von gamer xx auch abonnieren den link zu dem kanal findet ihr in der video beschreibung und die auflösung von dieser verlosung kommt am sonntag also in drei tagen am sonntagmorgen oder sonntagmittag mache ich dann die auflösung genau ja und ansonsten wollte ich in diesem video noch sagen vielen herzlichen dank an gamer xx auch für deine unterstützung immer gute freunde geben einem sehr viel halt und kraft in schweren zeiten ja genau so viel wollte ich an der stelle noch sagen aber auch ihr meine lieben zuschauer ihr gebt mir auch sehr viel halt und kraft in schweren situationen und ich lege mal kurz die karte zur seite weil meine hand tut weh oder mein arm tut weh vom halten ja leute da sieht man schon ich bin zwar noch jung aber irgendwann werde ich auch schwach spaß also gut der arm hat weh getan aber ja also vielen vielen lieben dank auch an euch liebe zuschauer für eure unterstützung das ist wirklich gold wert und ihr gebt mir jeden tag halt und kraft und das brauche ich auch weil ich habe es nicht immer leicht weil ich komme tatsächlich oder ich komme manchmal in unangenehme situationen oder ich werde von leuten dumm angemacht oder so und gute freunde und gute zuschauer wie euch die immer hinter einem stehen und die mich unterstützen das gibt mir auf jeden fall sehr viel halt und kraft vielen vielen dank deswegen mache ich auch regelmäßig für euch verlosungen und entschuldigung falls ich jetzt ab und zu noch ein bisschen sprachprobleme habe aber ihr kennt ja meine problematik was das betrifft genau aber sei es drum manchmal muss muss man sich einfach auch ein bisschen zusammenreißen und halt ja sozusagen mit dem arsch an der wand bleiben ja krieg ich auch hin ja leute und an der stelle ist die karte runtergefallen und an der stelle wie gesagt denkt an die zehn euro playstation karte was ihr dafür tun müsst wisst ihr ja und an der stelle wünsche ich euch noch einen schönen donnerstag vormittag macht's gut die euer lukas bühlmann euer jay mütze hier auf youtube ciao